Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, wir sind immer noch dabei, hier unten unser Haus soweit, oder besser gesagt, was heißt unser Haus, unser Feld soweit hier auszubauen. Ja, hier oben waren wir gerade dabei, die Decke zu machen, genau so war das ja. Und ja, wir müssen ja jetzt langsam aber sicher damit zusehen, dass wir hier unser Haus soweit fertig kriegen. Ich war da übrigens ein totaler Noob, hier diesen Tower draufzusetzen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, ich meine wahrscheinlich, weil ich eine Etage dachte, wir wären eine Etage weiter drunter. So, denn wir müssen ja erstmal hier unten, ist ja die Etage. Die müssen wir jetzt bis hier ziehen. Die geht ja nämlich genau bis hier. Wenn ich mich nicht alles täusche, so. Zack und zack. Zack, zarak, zack, zack. Eigentlich können wir mal ganz eben, wartet mal, die Pisten ziehe einsetzen. Wir müssen ja demnach hier hin. Und hier hin. Und natürlich nicht zu vergessen hier hin. Da ist der Wasserablauf genau. So, dann werden wir nämlich jetzt die schon mal eben alle anbringen hier. Müssen ja 64, müssten hoffentlich ausreichen. Weil wir brauchen noch nachher sechs weitere Pistens. Wäre schön, wenn wir die hier gleich noch alle über hätten. Also, natürlich die sechs weiteren. Ach, Mann. So. Brauchen wir gleich auf jeden Fall aber ein paar Stacks Gravel auf jeden Fall noch. Weiß gar nicht, ob wir so viel Gravel hier momentan vorrätig haben. Ein bisschen haben wir hier rausgeholt. Alter, warum sitze ich die erste immer verkehrt? Das darf doch nicht wahr sein. Ah, wobei, wartet mal, hier bin ich sowieso schon wieder auf dem falschen Dampfer. Okay, die muss anders nämlich. So, und hier hinten wieder zwei auf dem Boden. So. Mensch, 20 haben wir über, sechs brauchen wir nur noch. Das passt schon mal auf jeden Fall. Also, dann machen wir jetzt hier den Raum soweit fertig eben. Zack, 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 zack. Und wiederum hier. So, und dann müsste es natürlich hier der Raum geclosed werden soweit. Dann dürfen wir uns jetzt gleich nämlich wieder durch den freudigen Fels graben. Mensch, hab ich's vermisst, wieder zu graben hier. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie so die letzten 20, 30 Folgen irgendwie gegraben, größtenteils. So. Ach, Menschenskinder. Ich hab's echt so vermisst. Nicht. Aber zum Glück ist das nicht ganz so viel Arbeit hier. Wir müssen ja so weit hier alles rausholen, dass wir gleich alles einpflanzen können. Und dann natürlich nur die ganzen Gräben hier alle einsetzen und so weiter und so fort. Aber es sollte heute in dieser Folge zu schaffen sein. Das ist so mein großes Ziel, das heute wirklich fertig zu kriegen hier. Und ja, ich hoffe, wir können es erreichen. Aber das ist zumindest wirklich meine große Hoffnung hier heute alles, zumindest in der Etage so fertig zu machen. Und dann nämlich morgen mit den Lagerhäusern fortzufahren. Wobei nicht morgen, äh, ja doch, für euch ist es mal natürlich morgen. Äh, für mich wäre es dann übermorgen am Mittwoch in der neuen Aufnahme. Denn ich werde morgen nicht aufnehmen. Ich muss morgen Mass Effect weiter aufnehmen. Da gehen wir heute die Aufnahmen aus. Ich lade heute nämlich so... Ach, Mann, ey. Ich lade heute nämlich so viel hoch. Noch gerade, also ich bin jetzt gerade, gerade just in diesem Moment bin ich dabei, äh, die aktuellen Folgen wieder hochzuladen, äh, hochzuladen bis Mass Effect 4. Und wir haben gerade mal Montau und die ist noch nicht mal die erste Folge veröffentlicht. Ja. So zügig kann das manchmal gehen. So. Und ich überlege gerade, ich gehe, glaube ich, immer von außen nach innen hier weiter rein. Das sollte, glaube ich, die einfachste Strategie sein. Ach, Mensch. Ist das nicht gerade irgendwie Tag geworden erst, verdammt? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ach, egal. Das kriegen wir heute auf jeden Fall, hoffe ich, mal hin. Die Pistens alle noch, äh, dann mit Power zu versehen, soweit. Dass das denn schon mal funktioniert. Dann wird, wie gesagt, fehlt nur noch der Kontrollraum. Das ist natürlich das Herzstück der ganzen Anlage, weshalb das vermutlich auch noch ein bisschen dauern wird. Und die Tarnung natürlich, aber ansonsten ist das Feld dann wirklich einsatzbereit. Und, abgesehen von den Trichtern unten, die brauchen wir unbedingt, weil ansonsten sind wir zu langsam und können nicht alles einsammeln unten. Ja, weil ein bisschen bleibt natürlich was auf dem Feld hängen. Und wenn du das dann einsammelst, dann ist unten alles weg oder umgekehrt. Das Problem ist halt, bei der aktuellen Bauweise ist das nicht so wenig, was oben hängen bleiben würde. Das wäre schon etwas mehr teilweise. Weil wegen, ich weiß auch nicht warum. Das ist, glaube ich, die beste Aussage, die ich jemals getroffen habe. Weil wegen, ich weiß auch nicht warum. Aber es ist tatsächlich so, ähm, es bleibt ein Teil halt des Gemüses oben hängen. Während der andere einfach mal runterfließt. Und ich weiß halt einfach nicht, warum dies passiert. Na, normalerweise sollte das ja auch runterfallen. Weil eigentlich ist da ja nichts anders bei. Aber irgendwie ein Teil glitscht auf einmal nur rum. Und ein anderer Teil, ja, der bleibt natürlich auf den Half-Steps liegen. Der Vorteil dabei ist natürlich, man kann einfach über die Felder rennen, ohne dass sie kaputt gehen. Der Nachteil ist, manchmal bleibt was drauf liegen. Aber komm, ja, scheiß drauf, wie oft, äh, muss man da auf das Feld drauf und wie oft bleibt was liegen. Ich glaube, das gleicht sich ungefähr aus dann, also, ne, auf den anderen ist ja auch was liegen geblieben. Natürlich nicht so viel wie hier, wobei, man kann auch nicht sagen, so viel. Ich meine, ein Stack, äh, für ein ganzes Feld, ähm, pff, ja, geht noch. Also ein Stack natürlich pro, äh, Feldreihe, ist ja verständlich. Bei den Tests zumindest. Aber ich glaube, das lässt sich auch vielleicht noch optimieren später mal. Je nachdem. Alter, wie weit wir hier noch echt graben müssen, das ist echt unglaublich. Mensch, Mensch, Mensch. So, ich will jetzt hier erstmal die Reihen soweit fällig machen. Einzeln immer. Na, ich muss jetzt nur gleich dran denken, natürlich, dass wir hier jetzt oben, äh, auf drei runter gehen. So. So, müssen wir jetzt hier nämlich die nächsten beiden immer raushauen. Ich hoffe, dass es gleich mal massiver Fels ist, da muss ich nämlich nämlich nicht immer mit der Spitzhacke das wegmachen. Den scheiß Dreck. Den Schießendreck. So, da sieht es mir nach Felsen aus, da machen wir jetzt hier eben. So, echt mit dem Mist. Zack, zack, zarak, zack, zack. Alter, wie lang das hier auch alles ist und wie lange das immer dauert, das hier alles auszugraben. Mensch, ins Kind, ja recht. Also, da fallen mein langsam aber sicher so irgendwann die Augen zu. Also, ich könnte das jetzt auch nicht länger machen als eine Stunde zwanzig, die ich ja dann mal wieder hier dran sitze. Eigentlich wollte ich nur drei Folgen aufnehmen, jetzt ins vier. Aber gehört zum guten Ton, meine ich dazu, so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen länger halt aufzunehmen, als der Fall ist, normalerweise. Ich meine, so viel brauche ich eigentlich gar nicht. Doch, ein bisschen mehr brauche ich noch, aber nicht so wirklich viel mehr. Dann habe ich nämlich sogar schon die für den Urlaub demnächst raus. Also, für in zwei Wochen teilweise fehlen nicht mehr so viel. Das sind zehn Folgen, die ich, glaube ich, da noch machen muss, ungefähr. Und dann bin ich wahrscheinlich sogar schon wieder aus dem Urlaub zurück. Wir werden mir ein paar Gedanken gemacht haben, wie es denn jetzt weitergehen soll langsam. Ja, wir wollen ja eine, wir wollten, war ja angedacht, ein Rathaus vielleicht hier hinsetzen. Dann der Marktplatz, der ist als erstes wahrscheinlich dran, nachdem das Feld fertig ist und komplett getan ist und so weiter und so fort. Dann kommt wahrscheinlich der Marktplatz erst dran. Und danach natürlich die ganzen Auskleidungen kommen noch dran. Dann die Häuser, die gebaut werden sollen. Wirtshäuser wollte ich ja noch bauen. Und dann, äh, ja, dann kommt natürlich noch so das eine zum andere. Also, hier muss auf jeden Fall noch jede Menge gemacht werden. Hätte natürlich das alles gerne vor der kleinen Pause hier alles fertig gehabt, dann weiß man nämlich immer noch so ein bisschen genauer, was habe ich mir dabei gedacht, wie sollte das werden und so weiter und so fort. Das könnte natürlich jetzt so auf die Art und Weise etwas problematisch teilweise werden, aber ich hoffe mal, wir kriegen das irgendwie hin, so. So. Ach, Mensch, wir können die ganzen Kabbel sonst ja gar nicht mehr einsammeln, oder was? Das finde ich ja frech. Mensch, jetzt müssten wir eigentlich mal unser Inventar wieder auslernen, aber wir haben ja gar keine Kiste. Wir haben ja gar keine Kiste. Wofür haben wir den ganzen Scheiß da mitgenommen, verdammt? Hmm. Ich will natürlich jetzt die zwar auch gerne da raus haben, aber ich würde ganz gerne die Sachen irgendwo lassen. Verdammt. Wartet mal. Zack, so. Andi, die Kiste war ja auch... Oh, Alter. Wie viele Kisten haben wir denn jetzt? Die voll sind verdammt. Wir müssen doch eben auch raus fertig werden mit dem ganzen Mist. Können wir hier hin? Andi, so voll ist die gar nicht. Okay, dann lassen wir hier mal den ganzen Kabbelstone, den wir nicht brauchen, da. Und den Cleanstone, den brauchen wir ja auch nicht eigentlich. Ähm, die Bupiter brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die kommen die 44 Fakten hin, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, jetzt nur noch nirgends so hier reinfallen und nach oben wieder und dann haben wir dann eigentlich so weit... Äh, habe ich jetzt die zwei Sandstones? Habe ich die jetzt auch weggelegt? Ne, da oben scheinen sie noch zu liegen. So, dann machen wir das Loch nämlich gleich wieder zu hier. Zack und zack. So, dann passt das nämlich. Dann sammeln wir jetzt erstmal die Sachen auf, die hier noch liegen geblieben sind. Zack, zack, zarak. Alter, wie viel das wieder ist, ey. Nein, jetzt ist wahrscheinlich unser Inventar schon wieder fast voll. Na, wobei, es geht noch. Hält sich noch in Grenzen. Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet. So, noch zweimal durchgehen. Das passt auf jeden Fall von der Zeit her. Dann haben wir den Raum fertig. Den kriegen wir heute auf jeden Fall fertig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegen wir nicht alles angeschlossen. Das müssen wir dann am Mittwoch, also morgen wahrscheinlich, machen. Aber zumindest können wir den Raum schon mal komplett hier ausgraben, aus dem Felsen, den ganzen Kabel zur Seite schaffen, Platz machen für das Whetstone, was dann vermutlich... Also vermutlich, kann man natürlich nicht sagen. Vielleicht schaffen wir es sogar noch heute. Aber ich glaube nicht. Also wir haben jetzt noch circa 10 Minuten Zeit. Wir müssen hier noch zwei Streifen raushauen. Müssen dann die Wände nochmal raushauen. Und ja, der Boden muss nochmal rausgehauen werden. Also ich glaube, es wird heute knapp mit der Fertigstellung hier. Aber wir werden auf jeden Fall gut durchkommen. So, sagen wir es mal so. Die Pistons können wir dann auch nämlich morgen direkt sofort am Anfang mit Kies versorgen. Ach ja, genau, jetzt... Alter, es gibt hier nichts, was mal nicht fehlt, ausnahmsweise echt, ey. Alter, da kriege ich ja langsam meine Hasskappe. Mensch, echt. Zitze, zitze. Zack, 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 zack. So eine neue Spitzhacke muss ja am besten zwei Stück. Ah, oder komm, wir machen mal drei Vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was da so kommen wird. Ne, so ein bisschen mehr kommt da ja immer irgendwie. So. Ach ja, jetzt müssen wir wieder von der Meerseite aus rein. Ach man, also ich bin froh, wenn die ganzen Sachen endlich, äh, dann später mal fertig sind, alle verbunden sind und so weiter und so fort. Und wir hier nicht jedes Mal irgendwie einen Spießrutenlauf machen müssen, damit wir überhaupt reinkommen, weil das geht mir echt ein bisschen auf den Geist hier momentan. Naja, das ist noch nicht, äh, so ganz optimal, muss ich mal sagen. Also das ist echt eher suboptimal. Ich guck schon mal ein bisschen vorbei, wie weit es noch ist, äh. Ah, noch ein ganzes Stück. Mist. Ja, den nächsten können wir eigentlich auch als Doppelstreifen rausnehmen, weil schlussendlich müssen wir da die Wand reinsetzen. Ach Mensch, echt, ey. Ey, wie lange dauert das hier immer? Uah, das darf nicht wahr sein. Alles hier rauszukloppen, echt, ey. Also manchmal hab ich da so das Gefühl, ich bin wahnsinnig. Vor allem, weil ich dann sag, ja, wegen Ordentlichkeit und so muss alles Cobblestone sein. Aber, na komm, es ist ja auch so. Ich mein, wir wollen es ja ordentlich machen hier, das Feld, und wollen ja nicht hier irgendwie was hinscheißen, wo wir dann sagen, ja komm, wir haben wenigstens, wir haben ein großes Feld. Ja, geht ja auch darum, dass es optisch in die Welt passt und, ähm, alles so ein bisschen stimmig hier wird und ein bisschen, ja, so miteinander verschmilzt halt auch so ein wenig. Und, ähm, dafür hab ich mir wirklich tatsächlich was unten für den Feldraum überlegt, aber alter, das wird so assi werden. Da werd ich mir definitiv Unterstützung holen, vor allem, weil ich vorher in den Nether muss, äh, Glowstone ohne Ende sammeln. Also, Glowstone, das, jede Menge. Und ich weiß nicht, wie viel, ich muss das mal ausrechnen. Also, vier Profiler unten, dann könnt ihr schon ungefähr nachrechnen, wie viel das sein wird. Aber so viel brauchen wir leider an, äh, dem Zeug, weil wir müssen, äh, da unten Glowstones machen. Also, was heißt müssen, aber da will ich halt Glowstones hinsetzen. Und danach das Ganze da unten ordentlich auskleiden, mit, ähm, Blättern jede Menge. Da brauch ich dann auch nur einen, der mir hilft, äh, Bäume pflanzen, abernten. Bäume pflanzen, abernten. Das wird vermutlich auch eine Speed-Folge dann werden, also, wo wir dann zu zweit in der Speed-Folge unterwegs sein werden. Da brauchen wir mindestens zehn Kisten für, glaub ich, an Blaupen nur. Das heißt wirklich, wir werden da jede Menge Holz dann vermutlich sammeln, in einer Folge. Also, da werd ich dann wahrscheinlich eine Stunde oder zwei alleine nur damit beschäftigt sein. Das will ich euch nicht antun. Das wird dann wirklich so, ähm, ja, auch mal ausprobieren, wie gesagt, vom Server dann später werden. Also, es wird dann das Erste sein, was wir machen werden, wenn der Server läuft, das in Together dann wirklich mal alles fertig machen, da unten die Etage. Also, es ist echt extrem viel, was da kommen wird. Das darf ich mal verraten. Ne, weil, die unten, die Etage, wird echt Monster übertrieben werden. Hm, alleine aus dem Grunde schon, da wir in die, die Etage nicht so viel machen können. Da wird dann wirklich ein Labyrinth reinkommen, das steht schon mal fest. Das wird dann wirklich extrem begrünt werden. Hm, da muss dann eine neue Decke, eine zusätzliche reingezogen werden. Dann müssen wir da alles mit Stonebricks, das kann ich eigentlich schon mal vorher versehen, irgendwann versehen werden. Alle paar Blöcke. Dann muss das Ganze natürlich ausgeleuchtet werden mit Glowstones und dann noch schön verkleidet werden mit den Blättern und so weiter und so fort. Also, es wird echt nochmal ein Riesenspaß werden, das dann zu machen im Nachhinein. Aber, ja, das wird echt, dafür wird es richtig geil aussehen später, wenn es mal fertig ist. Und, ja, das wird im Feld halt, dann wird es komplett anders aussehen, nochmal von der Etage her. Der Rest wird natürlich so bleiben. Da hättet ihr auch keinen Bock, nochmal hier alles zu ändern und so weiter und so fort. Das ist echt, das wäre dann zu viel Arbeit hier. Weil wir ja jetzt echt schon viel Arbeit hier in den Redstone zum Beispiel alleine stecken müssen. Ja, und oben die Verkleidung, das passt aber so an sich schon. Das nächstgrößere, wie gesagt, ist dann auch noch die Tarnung, die hier gemacht werden muss, komplett. Wo ich natürlich mich auch riesig wieder drauf freue. Alter, man könnte auch so sagen, gar nicht momentan, weil die wirklich auch wieder übertriebenst werden wird. Also, da werden wir neue Hügel und Berge hier anlegen. Ähm, das ist tatsächlich kein Scherz. Also, wir werden hier neue Berge anlegen, teilweise nur, um das Feld zu tarnen, tatsächlich. Also, das ist echt kein Spaß. Das ist echt schon übertrieben hier. Ja, und genau, jetzt kommt wieder Kohle ohne Ende hier rein. Einerseits zwar positiv, andererseits würde ich hier ganz gerne weitermachen. Ach, Männö, komm jetzt schon. Das muss doch alles sein an Kohle. Alter, da muss natürlich auch wieder alles ins Lager unten geräumt werden. Das ist, aber der Vorteil dabei ist, wie gesagt, dass wir uns so unsere Rohstoffe vervielfältigen können, ohne dass wir wieder auf neue Touren gehen müssen. Weil, ganz ehrlich, wir waren jetzt so lange auf Höhlen-Touren unterwegs, da muss das nicht unbedingt nochmal sein. Da bin ich froh, wenn wir dann hiermit so weit durch sind. So, da kommt das Zeug rein. Können wir hier schon mal vielleicht so ein bisschen vorsorgen. So, hier müssen wir dann zusätzlich noch weiter in die Tiefe gehen, also in die Breite. Warte mal, da machen wir das bis hier schon mal so weit fertig jetzt erstmal. Da rein, 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 zack. Ha, hallo, was ist das jetzt hier? Ich hab die Sachen gar nicht ausgewählt. Oder kam ich ans Mausrad? Und das kann natürlich sein, dass ich ans Mausrad ausversehen kam. Aber trotzdem. So. 16 Minuten, Alter, wir hätten nur noch 4 Minuten. Ich glaube, ich überziehe diese Folge so lange, bis wir diesen Raum hier fertig haben. Zumindest mit den Cobblestone-Sachen. Ich meine, so viel ist das hier jetzt echt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier nur einmal durchgehen. Wir haben 6 Minuten jetzt für den Rest gebraucht. Ja gut, und den Boden weiß ich noch nicht, ob ich den heute in der Folge noch machen werde. Eigentlich müsste ich das machen, natürlich. Andererseits weiß ich noch nicht, ob ich das machen soll, weil das ist auch nochmal so viel Arbeit. Andererseits könnten wir das natürlich heute gut mal in dieser Folge machen. Dann hätten wir das nämlich zum Ende jetzt schon mal weg für die nächste. So, wir haben jetzt gerade 10 nach 6. Ja komm, dann mach ich das heute, glaube ich, nochmal eben mit. Dann hab ich das hier fertig. Dann kann ich nämlich nachher die Sachen zum Rendern reingeben. Dann passt das nämlich schon mal annähernd. Dann ist hier nicht so viel liegen geblieben. Dann haben wir das zumindest schon mal geschafft, was ich auch so überlegt hatte, was ich heute gerne schaffen würde, obwohl ich nicht dran geglaubt habe. Ging auf jeden Fall schneller, wenn man jetzt wirklich mal vergleicht mit dem Raum unten zum Vergleich hier hin. Also zwei Folgen unten in den Raum mit zwei Folgen hier in dem Raum und dann sind wir fertig. Das sind zusammen 80 Minuten. Dann haben wir wirklich hier unten das Ganze schon mal fertig gemacht. Ja, jetzt fällt nur noch der Whetstone, der verlegt werden muss eigentlich wirklich tatsächlich unter Kontrollraum. Mehr ist das nicht. Dann ist das Feld fertig. Verdammt, Alter, dann ist das Feld fertig. Ja, ich kann's kaum glauben, weil wir jetzt wirklich so lange hier dran gebastelt haben, dass es dann tatsächlich schon fertig sein soll. Ja, also das ist echt, also vielleicht fällt uns doch nur noch was ein. Nein, Spaß. Also ich bin doch schon froh, wenn das Feld wirklich dann irgendwann endlich mal fertig ist hier und komplett so steht, wie es sein soll und auch die Tarnung dann fertig ist. Also das wird auch nochmal ein Spaß werden, aber da werden wir dann ja hauptsächlich Dirt verbrauchen ohne Ende und ja, den werden wir tatsächlich noch brauchen. Also ich weiß noch nicht, ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwie eine Stelle suchen soll, wo ich das zusätzlich abbauen werde, weil wir werden so viel davon brauchen, dass es echt nicht mehr feierlich sein wird, glaube ich. Genauso wie es nicht mehr feierlich ist, dass wir schon wieder keinen Platz im Inventar haben, verdammt. Also es ist hier momentan so schnell voll und das ist echt nicht mehr feierlich hier. So, hier müsste ich eigentlich gar nicht den zusätzlichen Spalt aussehen, verdammt, aber das mache ich jetzt einfach mal mit. Wir können den zusätzlichen Kabel zum Brauchen, wartet mal. Im Laden öffnen, ja, jetzt sieht's aus, bla bla, LAN-Welt starten. Das mache ich jetzt nur, damit die Sachen nicht gleich verschwinden und ich die Sachen einfach mal noch zwischenspeichern kann, weil auf dem Server gehen die Sachen nicht verloren, im Gegensatz zum normalen Spielen, was ich zwar sinnlos finde, aber so ist es halt leider. So, und ich habe übrigens gerade zeitgleich drüben immer noch die Minecraft-Wiki auf für die Pistons-Gelette-Folge. Da sehe ich gerade noch die ganzen Sachen, die wir noch machen müssen, die wir noch gar nicht hergestellt haben, mal irgendwann so im Laufe des LPs, verdammt. Ein paar neue Sachen natürlich, also 1.5 muss ich sagen, hammergeiles Update, auch wenn wir immer noch nicht drauf spielen, das ist jetzt seit über einem Monat raus und eigentlich wollte ich so schnell wie möglich drauf rumwechseln, aber, ja, das Problem ist halt, das Honeyball-Texture-Pack ist nicht geupdatet und ich habe jetzt keinen Bock, ein anderes Texture-Pack momentan zu nehmen, weil das einfach von den Farben von dem Shader so geil ist. Und auch der Shader-Mod, den ich immer benutze, das ist ja nicht der originale Shader-Mod, der ist auch nicht geupdatet worden, noch nicht, wird wahrscheinlich auch erst so 1.6 wirklich fein released werden, denn in der Version gibt es dann wieder einige Änderungen und in der aktuellen noch ein paar Bugs, die dann leider Forge zum Beispiel nicht richtig erlauben und unterstützen. Forge nutze ich allerdings für alle Mods, um die zu installieren, und, ja, das wäre natürlich so das Problem, was dann noch bestünde, weil ich keinen Bock drauf habe, so ehrlich gesagt. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir das irgendwie jetzt nicht kriegen. Ja, das ist in den nächsten Tagen mal, was ist nächsten Tag, aber in den nächsten Tagen einfach mal released wird hier. Die ganzen Versionen, die Shader-Mods, die Texture-Packs und so weiter und so fort. Wäre zwar schön gewesen, wenn die wirklich, also, ne, irgendwann vor einem Monat gekommen wären, also, ich weiß auch nicht, warum die nicht geupdatet wurden, wie gesagt, immer noch nicht, und ich weiß leider nicht, warum. Ja. So. Alter, jetzt nicht verbauen hier, wir sind ja jetzt eigentlich am Ende der Folge angekommen, aber ich habe ja gesagt, ich will das jetzt noch fertig machen hier, und, äh, da stehe ich halt auch zu. Mensch, im Großteil haben wir schon eingesammelt, allein dadurch, dass wir die Wand hochgezogen haben, okay. Oder man könnte auch sagen, alles halt. Hm, Mensch. Ist doch schon irgendwie, ja, was war schon, oder wie. So, zack. Ja, an den Boden kommen, den machen wir gleich auch noch eben fertig. Ich meine, das dürfte ja nicht so lange dauern, solange das unter 10 Minuten bleibt, und ich glaube, dass es wird ist, dann passt das schon noch. Ne, und wenn es mal eine halbe Stunde Folge ausnahmsweise mal gibt, das ist, glaube ich, auch noch okay, oder? Ne, ich meine, manchmal sind die Folgenlängen halt etwas länger als, äh, gewöhnlich, aber, das ist ja nicht so tragisch, und wie gesagt, wir wollen ja das Feld auch langsam abschließen hier. Wir sitzen jetzt hier, ja, bestimmt schon, ähm, ja, 40 Folgen besitzen wir bestimmt jetzt hier dran, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel, ich bin jetzt, also aufgenommen müsste irgendwas, ja doch, also wir müssen jetzt irgendwie um die 40. Folge rum ungefähr so sein, auf jeden Fall, also, wahrscheinlich sollen wir mit zwei, drei Folgen Rückstand, ich weiß gar nicht, 38, kann das hinkommen? ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht aus dem Kopf, bei der ich aktuell noch bin, aber irgendwie sowas um den Dreh wird es vermutlich sein. Ne, und wenn man da mal überlegt, da fehlt natürlich auch nicht mehr so viel, bis wir dann auch schon wieder dann bei Folge, ähm, 500 sind, verdammt, ne, und dann haben wir schon eine halbe tausend, anderthalb tausend Folgen, Quatsch, nicht anderthalb, ja, aber auf jeden Fall, äh, fast die Hälfte von tausend Folgen haben wir dann allein mit Minecraft Videos voll, und man muss jetzt überlegen, die ganzen anderen Projekte gibt es ja natürlich auch noch, wie, äh, ja, Monkey Island war ja dann noch, Bioshock, Risen, äh, und so weiter und so fort, die zählen natürlich auch noch alle dazu, ja, also wir sind bald bei der tausendsten Folge angekommen, verdammt, also bei der tausendsten Video natürlich, Mensch, ey, das ist echt unglaublich, wie viel man hier so, alleine in anderthalb Jahren, äh, jetzt sind es ja beinahe schon, gemacht hat, verdammt, ja, also, aber auch was sich an Minecraft halt so an der Welt verändert hat, an der Spieldynamik und so weiter und so fort, das ist auch unglaublich, also, ne, wie gesagt, in 500 Folgen haben wir schon was Schönes aus, aus dem Boden gestampft, ähm, wenn man bedenkt halt natürlich, das muss man immer klar dazu sagen, dass alles, ähm, in Survival Mode entstanden ist, und nicht im Creative Mode, ne, und im Survival Mode, da kann man natürlich auch theoretisch noch mehr bauen, und so weiter und so fort, aber, im LP ist man natürlich auch so ein bisschen an Zeiten gebunden, und so weiter und so fort, und deswegen, gibt es natürlich hier eigentlich kleinere Sachen, aber mittlerweile gehen wir natürlich auch zu Großbauten über, indem wir es dann auch mal so ein wenig übertreiben, also, das hier fällt, ne, ist natürlich größer als normal, ne, ich meine, so viel werden wir auch nie brauchen, aber, es sieht einfach imposanter aus, und ich meine, wir können uns ja wirklich jetzt nach, äh, 500 Folgen können wir uns doch so ein Feld echt mal genehmigen, finde ich, also, da ist das doch echt mal legitim, wenn man hier mal ein bisschen übertreiben darf, oder nach fast 500 Folgen, also, es sind ja echt nicht mehr so viele, die fehlen, so, die letzten Arbeitsschrittete, verdammt, alter, ich darf echt nicht dran denken, wie viel wir heute allein geschafft haben, an dem Tag, und dass wir das Ganze dann natürlich, äh, hier fortsetzen werden, in der nächsten Folge, ist ja wohl selbstverständlich, selbstverfreilich, dann wird es nämlich an die Redstone-Verkabelung gehen, und das wird aber nicht die ganze Folge, schätze ich mal, hoffe ich mal, zumindest, äh, dauern, ne, und wenn wir das nämlich alles, dann fertig haben, unten fehlte irgendwie was, haben wir die Rückwand gar nicht fertig gemacht, weiß ich gar nicht, oder war das im Zwischenraum, ich weiß es nicht, irgendwo sind wir da auf jeden Fall gerade gelandet, wo wir gar nicht hinwollten, könnte es sein, dass da die Rückwand fehlt, egal, das mache ich heute nicht mehr fertig, das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge fertig, ein paar kleine Baustellen können wir ja natürlich immer noch offen lassen, ne, ich meine, wir kommen ja momentan zwar recht gut voran, muss man ja sagen, auch wenn diese Folge extreme Überlänge hat, und wahrscheinlich schon alleine fast eine ganze Folge füllt, aber, ja, egal, so, hier, letzte Dreierteil hier unten, und dann sind wir durch, endlich, endlich, so, gerade bei 25 Minuten, wir kommen wahrscheinlich so auf, circa, 28 Minuten, schätze ich mal, aktuell, aber dann ist das Feld hier echt endgültig fertig soweit, und dann kann es, äh, erst mal eine schöne Pause gehen, ach, ja, Mensch, ja, manchmal braucht man die Minecraft, wirklich, ne, wie gesagt, Samstag habe ich in Überlänge aufgenommen, davor die Woche den Sonntag in extremer Überlänge, und, ja, aktuell ist das dann halt mal wieder so eine ruhigere, kleinere Aufnahme mit vier Folgen, na, ansonsten habe ich ja immer so sechs Folgen mindestens hintereinander gemacht, so vier ist dann schon recht human dagegen, wenn man mal bedenkt, was sonst immer so kam, und da ist das schon okay, finde ich jetzt mal so, wir haben keine Spitzhacke, alter, das darf jetzt nicht wahr sein, oder, komm, wir nehmen jetzt die teure Spitzhacke, ich habe jetzt keinen Bock extra dafür nochmal runter zu rennen, und extra eine neue Spitzhacke zu machen, verdammt, auch wenn ich natürlich immer sage, ich will die schon hier, das ist auch klar, aber, ähm, ja, ich habe jetzt keinen Bock für die paar Blöcke hier runter zu rennen, so, verdammt, und wir müssen dran denken, dass wir die natürlich immer reparieren, anstatt die, äh, zu ersetzen, weil, äh, bei der Spitzhacke das doch schon sich lohnt, also, die ist so hoch verzaubert, da steckt so viel Level drin, ich glaube, da stecken 48 Level oder sowas drin, ähm, da lohnt sich das Verzaubern echt, also, das Verzaubern lohnt sich auf jeden Fall, aber, ähm, ja, da lohnt sich das Reparieren auf jeden Fall, anstatt, äh, die dann wirklich komplett zu demolieren, würde ich mal behaupten, so, aber erstmal sind wir jetzt hier durchgekommen, ähm, ja, auch wenn die Spitzhacke natürlich jetzt den Geist aufgegeben hat, ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der neuen Folge Minecraft, und dann geht es an die Wetschland-Verkabelung, bis dahin, tschüss!